ARD Text im Auftrag von Funk So Leute, ich hab Pratzins Krammerleist speichern, weil... Guckt euch den Video an. Er findet es scheiße, dass er keinen Schnellzuteil angemacht und alles ist. Und jetzt kriegt er einen Auftrag. Guckt euch dies an. Was ist passiert? Ich seh dir nicht wieder. Das war, weil ich gerade wirklich einen Schlechtspeicher habe, würde ich sagen. Sehen wir mal, ob es den Weg vor der Milchbar, wo der Typ gerade hinrennen will. So Leute, da sind viele Milchbar und so. Und, ähm... Da waren wir dann jetzt auch selbstverständlich rein. Guck euch da einen schon rein? Guck euch so rein. So. So, ich bin jetzt die ganze Schlechte. Es ist ja eine ganz lustige... Ich hab nur es nicht, dass ich jetzt in der Kontext kommt. Ich hab's da. Ja! Ja! Und zwar regt er sich jetzt gerade darüber auf, dass er immer noch da ist. Ja! Und wenn er die ganze Verzeihzeit planen und er meint, jetzt sollen fliehen und... Ja. Aber er meint, das könnt ihr ja niemals tun, wenn wir uns kramen halt. Das heißt, wir haben gleich die Elfmaske wieder gebrochen. Damit wir im Endeffekt endlich reingehen könnten. So. Hallo. Und jetzt rennt er in seinen Traum. Und zwar werden wir jetzt was ganz besonderes tun. Und zwar hier. Dort ist jetzt übrigens diese Maske. Was die uns bringen wird, sehen wir jetzt. Jetzt werden wir nämlich unser vorletztes und vorverletztes Herzteil für diesen Weltenpart besorgen. Ich sage nicht unbewusst Weltenpart. Denn im Mond gibt es jeweils, also gibt es vier Stück, also nochmal ein letztes Herz für sich. Und da wir jetzt gerade schon so schön 18 haben, aber wir auch 18 brauchen um das zu kriegen. Weil das ist, das seht ihr gleich. Das machen wir erstmal. Da. Jawoll. So. Jetzt lassen wir uns die Mütze auf. Gehen zum Briefkasten. Da. Da. So. Aha. Eins fehlt uns jetzt noch. Dann haben wir vor der 19. Jetzt schauen wir mal kurz das Buch der Bombe. Dort rechts haben wir unsere ganzen Zeichen für zu, wenn wir die fertig haben. Und das haben wir. Geile Sache, wa? Jetzt muss ich mal kurz noch was ändern. Braucht ich dafür irgendwas besonderes? Ich glaube schon. Also auf jeden Fall werde ich das Ding brauchen. Ne, ich brauche zuerst einmal den hier. So. Und zwar. Müssen wir jetzt zum Mikana Canyon, um uns zwar das letzte Herzteil auf diesem Planeten zu besorgen. Ich zähle den Mond jetzt nämlich nicht mit als Planet dazu. So. Dann haben wir es geschafft. Dann können wir einfach den Mond ziehen. So. Allerdings muss dann noch mal kurz was erledigt werden. Was vielleicht so ein bisschen scheiße ist. Oder so. Zu jemandem Prozent gehört. Die gehören eigentlich über den K-Files-Quest rein. Ich hätte die jetzt halt bloß ausgelassen, weil... Ähm. ... 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 Ich weiß es gerade ehrlich gesagt nicht mehr. Für genau dafür. Der brauche ich. Also die Ocarina brauche ich jetzt erstmal nicht. Ach komm hör doch auf mit deinem dreckigen Geld. Ich brauche Feinde. So. Ihr seht schon das ist ein sehr besonderer Dungeon. Irgendwie immer sehr besonderes. Denn der ist schon nicht ohne. Erstmal sehen wir jetzt hier. Ähöhöhöhöhö Palava Palava. Das ist das letzte mal das wir den sehen werden. Den sehen wir noch einmal. Und als nächstes mal. Jetzt sehen wir hier vier Gänge. So was es damit auf sich hat sehen wir. Denn hier sehen wir. Vier Herzen. Damit diese Tür auf dem Restaurant mindestens vier Herzen. Die stürmen mich nicht. Ich muss die mal kurz auf dem Anschluss sehen. Aber alles hat so lange gedauert. Und dann bekommen wir sofort was schönes dafür. Und zwar. Und zwar. Bekommen hier. Geld. Und dann bekommen wir noch mal Pfeile. Weil die sind immer noch mal notwendig. So. Dann würde ich sagen. Gehts auf zum zweiten Bass war. Also hier zum zweiten Gegner. Für den brauchen wir ganze. Da. Ähm. Z … vier … acht Herzen. Z 28 Herzen. Boah den gehen wir da auch noch mal raus. Oah den gehen wir da auch mal raus. Oh. Aber den gehen wir da auch. Ich habe nicht so viel Zeit, meinen Speicher auch. Dafür brauchten wir schon 8 wieder. Wenn ich mich richtig erinnere, brauchen wir für den nächsten sogar 12, 14. Also nicht wenig, ne? Ich merke, damit man den hier hinkriegt, muss man einen Full Run im Endeffekt machen. Dafür braucht man 4, 8, 12. So, den gehen wir auch noch. Ja. Der seilige Schnelltmutter, was den würde ich lange mitnehmen? Ja. Ja. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.